Musik Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Sendemasten, Handys, elektrische Geräte und andere drahtlose Technologien. Beeinträchtigen Sie unsere Gesundheit? Haben Kopfschmerzen, wachsende Gereiztheit, Schlafprobleme, Allergien vielleicht auch etwas damit zu tun? Können Sie hormonelle und andere körperliche Vorgänge stören, sodass schwere Erkrankungen ausgelöst werden können? Diese Frage macht vielen Menschen Angst. Zu Recht, wie Frau Prof. Dr. Magda Havers von der Trent University in Kanada in ihren Studien zeigt. There are a number of scientific studies showing that electrosmog is harmful to human health. We've done research looking at people who use cordless phones and found that for some of them it affects the heart. It causes the heart to beat much more quickly. We've also worked with people who have multiple sclerosis. And when we eliminate the dirty electricity in their environment, it causes their symptoms to diminish considerably. And we've worked with people who have diabetes, both type 1 and type 2 diabetes. And when we eliminate the dirty electricity in their environment, their blood sugar begins to normalize. So there is a lot of evidence that electrosmog is harming human health in a variety of ways. Wir funken dem Leben offensichtlich heftig dazwischen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Gesundheitslounge zum Thema electrosmog. Und ich freue mich sehr auf diese beiden Experten. Dr. Meht Dietrich Klinghardt, der gebürtige Berliner, studierte in Freiburg Medizin und arbeitet seit 1982 in den USA. Schon früh verband er die konventionelle Medizin mit alternativen Methoden und entwickelte seine eigenen Diagnose- und Therapieformen. Seit langer Zeit schon weist er intensiv auf die Gefahren der schmutzigen Elektrizität hin. Matthias Zebula, der 36-jährige Heilpraktiker aus Bamberg, hat in seiner Praxis vermehrt Patienten, die unter Elektrosmog leiden. Er selbst wusste lange Zeit nicht, wodurch seine Beschwerden ausgelöst worden sind. Wir werden uns heute miteinander duzen, denn Dietrich Klinghardt kommt aus Seattle und als Amerikaner duzt ihr euch ja quasi sowieso alle miteinander. Und Matthias, du bist Heilpraktiker und duzt dich mit deinen Patienten, um in Augenhöhe zu sein. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Magda Havas ist eine sehr renommierte und weltweit anerkannte Expertin und Wissenschaftlerin. Und was sie im Eingangstrailer gesagt hat, das könnte uns schon Angst machen. Dietrich, aus schulmedizinischer Sicht, sind diese Studien, die sie angesprochen hat, haltbar? Oder ist es doch ein Gespinst von eher esoterisch Angehauchten, die uns so ein bisschen Angst machen wollen? Nein, die Studien, die wir heute zur Verfügung haben, was das Thema angeht, sind alle in hochkarätigen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, nur nicht in medizinischen Zeitschriften. Das endet aber nichts an ihrer Wirksamkeit und dass sie glaubwürdig sind. Ja, es gibt von der WHO eine Ordnung, eine Rangordnung, wie hochkarätig eine Zeitschrift eingeschätzt wird. Und die Studien, die zeigen, wie gefährlich der Elektrosmog ist für unsere Gesundheit, kommen zum großen Teil aus sehr hochkarätigen, hochwertigen wissenschaftlichen Zeitschriften. Was macht der Elektrosmog mit uns? Was macht er mit unserem Körper? Es gibt dazu ganz, ganz viel Literatur inzwischen. Das Wichtigste ist, dass die Proteine, wir haben ungefähr 150.000 verschiedene Proteine in uns, die wirklich unser Leben bestimmen, die unser Testosteron erzeugen oder die Augenfarbe bestimmen oder ob die Haare wachsen oder nicht wachsen. Es wird alles durch die Proteinmaschinerie in der Zelle geregelt und Studien aus Athen, von der Uni in Athen zeigen, dass ein großer Teil unserer Proteine bleibend zerstört oder verändert wird. Und daraus ergeben sich unendlich viele Gesundheitsprobleme, einschließlich dem hohen Cholesterin, der Insulinresistenz, der Herzinfarkt, der Schlaganfall bis hin zur Krebstendenz. Das klingt jetzt erstmal so, dass man ein Schrecken bekommt und denkt, um Gottes Willen, es umfasst ja eigentlich das gesamte Ökosystem Mensch. Also wenn das dermaßen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, dann heißt es ja auch, dass viele Folgeerkrankungen sozusagen genau damit zu tun haben, mit dem, was du gerade beschrieben hast. Naja, das Positive daran ist, sobald wir die Wissenschaft wirklich mal verstehen, können wir auch was tun und uns schützen. Und wir nehmen ja nicht an, dass der Handysendefunk jetzt in nächster Zeit abgestellt wird, sondern wir als Wissenschaftler und Ärzte möchten gern, dass das geregelt wird, dass das Volumen, mit dem wir bestrahlt werden, nach unten reduziert wird und dass die Schutzmaßnahmen, die jeder wählen kann zu Hause, dass die bekannt sind und eingehalten werden können für Leute, die diese Wahl treffen. Zu den Schutzmaßnahmen kommen wir gleich. Wir haben etwas vorbereitet und zwar, weil du erzählst von den Proteinen, aber es gibt auch die Blut-Hirn-Schranke, die sehr bedeutend ist dafür, dass wir gesund bleiben. Und da wir ja ein bisschen nach Beweisen auch suchen, um zu sagen, was passiert denn wirklich. Ja, es sind keine Gerüchte, sondern es passiert wirklich etwas, was wir sehen können. Was können wir hier erkennen, Dietrich? Erstmal ganz kurz zur Einführung. Also das Gehirn selber ist ganz, ganz dicht verkabelt mit Neuronen und hat praktisch keinen Platz für Immunsystem. Das heißt, wenn Toxine oder Keime eindringen ins Gehirn, gibt es praktisch keinen Mechanismus, mit dem das Gehirn sich wehren kann dagegen. Die Blut-Hirn-Schranke ist die Grenze zwischen Blutgefäßen und diesem Teil vom Gehirn. Und eine Art Wächter auch. Eine Art Wächter, das wird durch Zellen, die heißen Astrozyten, wird die Blutschranke hergestellt. Und wenn die einmal durchbrochen ist, geht das Gehirn kaputt. Und wir wissen, dass viele Elemente, Aspekte vom Elektrosmog, die Herndesendestrahlung, die Blut-Hirn-Schranke aufmacht. Das heißt, die immobilisierten Astrozyten, die ihre Rolle nicht mehr wahrnehmen können. Jetzt können Gifte und Bakterien und Viren ins Gehirn eindringen, die sonst nie den Weg dorthin schaffen würden. Und wenn die einmal da sind, richten die uns sehr viel Schaden an. Das ist fatal. Wahrscheinlich entstehen darüber auch die Gehirntumore. Ja, wir wissen zum Beispiel, die Studie von Judy McClossy zeigt, dass der Morbus Alzheimer wirklich eine Erkrankung ist, wo Spirocheten von der Leimborreliose ins Gehirn eingedrungen sind und dort entzündliche Veränderungen machen. Wir zeigen ja gleich die Rattenstudie. Die können wir als nächstes zeigen. Also Ratten, die Telefon ausgesetzt worden sind, nämlich Handy. Ja, hier sieht man also den Querschnitt durch ein gesundes Rattengehirn. Und dann sieht man nach längerer Bestrahlung mit einem Handy, also die Ratte hat praktisch telefoniert, sieht man diese schwarzen Flecken. Das sind Albuminablagerungen und das sind Vorstufen von Morbus Alzheimer. Das führt von den Albuminablagerungen zum Tauprotein und von dort zum Morbus Alzheimer. Und so sehen die Gehirne vieler unserer Jugendlicher aus, wobei die wenig Symptome machen. Die machen kurzzeit Gedächtnisverlust zunächst mal, die machen Verhaltensstörungen, die aber nicht so auffällig sind, dass man die Warnungen früh erkennt, die aber dann direkt zur frühzeitigen Demenz führen. Die Magda Habers, die Professorin, hat sich auch selber getestet und hat ihr Blut getestet, einmal im Ruhezustand und dann, das können wir bitte auch zeigen, dass ihr Blut im Ruhezustand, da ist noch alles in schönster Ordnung. Und dann hat sie aber 70 Minuten am Rechner gearbeitet. Ja. Was hat sich da verändert? Was man hier sieht, ist, dass normalerweise stoßen sich die roten Blutkörperchen ab durch elektrische Ladungen, die an der Oberfläche sind. Und es ist wichtig, damit die Fließgeschwindigkeiten, die Fließeigenschaften vom Blut bestehen bleiben. Wenn die elektrische Spannung an der Oberfläche verloren geht, klumpen die zusammen. Man nennt es Geldrollenbildung. Und dadurch, das ist die Vorstufe vom Schlaganfall oder vom Herzinfarkt. Und warum der Computer dies auslöst, ist relativ bekannt. Da gibt es drei Elemente. Einmal vom Keyboard her gibt es ein Ausdampfen von Beryllium und anderen toxischen Metallen. Und auch von Flammschutzmitteln, die über die Hand aufgenommen werden. Das ist ein toxischer Effekt. Dann gibt es das elektromagnetische Feld vom Computer selber. Und dann drittens ist es auch der Bildschirm, der auf optischem Weg viel Schaden anrichtet. An aller Hypophyse und am Hypothalamus. Die Art, wie das Licht polarisiert ist vom Bildschirm. Heute gibt es ein paar Computer, wo das besser ist. Aber die meisten Computer, die die Leute zu Hause haben, haben ein falsch polarisiertes Licht, was abgegeben wird, was sehr schädlich ist. Was man dagegen tun kann, werden wir gleich auch erörtern gemeinsam. Matthias, als Heilpraktiker, wie bist du auf das Thema Elektrosmog als mögliche Ursache von Krankheiten gekommen? Naja, das Phänomen ist, dass in der Praxis vermehrt Patienten auftauchen mit diffusen Symptomen. Also was ich ganz als Schwerpunkt behandle, sind allergische Erscheinungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die vermehrt werden, die häufiger werden. Und ein Phänomen, was dazugehört, ist die relativ unbekannte Histaminunverträglichkeit. Also viele kennen schon die Laktoseunverträglichkeit oder eine Glutenunverträglichkeit. Die Histaminunverträglichkeit ist so ein neues Wort, was damit eingereiht werden kann. Und es scheint so zu sein, dass dieser Elektrosmog den Darm so belastet, dass er das wichtige Protein, das notwendig ist, um Histamin im Schach zu halten, nicht mehr richtig schützen kann. Also es wird nicht mehr ausreichend produziert. Und das war ein längerer Weg, das herauszufinden, herauszutesten mit bestimmten Methoden, kann man das herausfinden. Und seit man diese Patienten abschirmt, vertragen sie wieder die meisten Lebensmittel. Aber ich komme mal zurück. Also wenn du Patienten hast mit Allergien und dann sagst du, der Darm ist möglicherweise daran beteiligt, dann kannst du ein Probiotikum verschreiben. Aber wie kommst du darauf zu sagen, wir testen jetzt mal, in welcher elektromagnetische oder elektronische Umgebung du lebst und arbeitest? Es ist so, dass jede Art von Erkrankungen verschiedene ursächliche Faktoren haben kann. Das steht dem Ganzen als Wissen im Hintergrund. Und eins ist diese elektrische Strahlung, die man einfach pauschal mitbedenken sollte in der Therapie als Therapeut. Es gibt andere Faktoren wie seelische Konflikte oder Mängelzustände im Körper, aber eben auch dieses elektrische Umfeld. Und es ist quasi Standard in meiner Praxis, dass ich das mitteste, mitprüfe, ob das noch alles spielt. Das hat aber auch was mit deinem eigenen Erleben zu tun. Denn du hattest ja auch so ein paar Kränkeleien und wusstest nicht genau, wie kriegst du die in den Griff. Wie hast du das sozusagen damals für dich entdeckt? Für mich war es so, dass ich vermehrt auch Allergien erzeugt habe. Ich habe Hautausschläge bekommen, Neurodermitis, sicherlich vielen bekannt, entwickelt. Und habe mich gefragt, woran liegt es, weil die gesunde Ernährung hatten wir schon. Und Mängelzustände hatte ich keine. Und bin dann im Rückschluss dazu gekommen. Das hat angefangen, seit wir ein neues Haus bezogen haben. Und dieses Haus steht in der Nähe eines Handy-Sende-Funk-Masten. Du hast uns ein Bild mitgebracht, das zeige ich jetzt mal in die Kamera. Genau, in Sichtweite quasi. In Sichtweite. Du kannst dann zum Fenster... Wir sehen jetzt diesen einen Masten. Es gibt ein paar Häuser weiter noch einen zweiten Masten. Und das war einfach so die Idee zu sagen, vielleicht hängt es damit zusammen. Wir haben dann uns Messgeräte besorgt, haben das gemessen und waren erschrocken über die Höhe der Werte. Und haben dann eine Abschirmmaßnahme gemacht. Und es wurde zunehmend besser. Genau, jetzt kommen wir mal zu den Abschirmmaßnahmen. Die scheinen ja wirklich eklatant wichtig zu sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also du hast uns ein Bild mitgebracht. Das ist das Kinderbett. Ja, genau. Und da habt ihr sozusagen ein Gerät drunter gepackt. Ja, also eines der Möglichkeiten, man muss dazu sagen, unser Kleiner, der wird jetzt zwei Jahre alt, hat unglaublich unruhig geschlafen. Also wir wussten, konnten uns das nicht erklären. Und er ist mehrmals die Nacht wach geworden und war auch unruhig am Tag. Und wir haben dann das probiert mit diesem Gerät. Das ist so ein Instrument, das es schafft, die Strahlung, das Strahlungsumfeld zu verbessern. Und in der Tat, allein das Gerät hat dazu geführt, dass er besser geschlafen hat. Richtig gut wurde es dann durch eine Komplettabschirmung mit einem Abschirmbaldachin. Den habt ihr auch bei euch jetzt hier in eurem privaten Schlafzimmer, über dem E-Bett. Als wir herausgefunden haben, wie die Belastungen wirklich sind, durchs Messen, haben wir das überall gemacht, flächendeckend. Also Schlafprobleme scheint ja auch etwas ganz Eklatantes zu sein, weil über Nacht einfach kein Melatonin mehr gebildet wird. Und das brauchen wir, Dietrich, ganz besonders. Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Studien inzwischen, die zeigen, dass nicht nur das Benutzen vom Handy, sondern die Ambiente, Dauerbestrahlung vom Handy, Sendefunk führt zu einer verminderten Melatoninproduktion. Und Melatonin selber ist ein Protein. Ja, und das sind die Enzyme, die notwendig sind, um Tryptophan, die Aminosäure, umzuwandeln in Melatonin. Und dann sind ein paar von diesen Proteinen, die ich vorher erwähnt habe, die eben des einen Teile gestört sind. Genau, der Histaminabbau wird auch geregelt durch Proteine. Ja, das sind diese Dinge, die heute bekannt sind, die der Handy, Sendefunk macht. Und wir wissen auch, dass einfach nur die Steckdosen im Haus oft Strahlung abgeben. Das ist die sogenannte Dirty Electricity, von der Mark der Havels spricht. Und dass es andere Quellen von elektromagnetischer Strahlung gibt, der Schaden an uns ist kumulativ. Und das Melatonin ist heute die bekannteste Substanz, die vermindert hergestellt wird. Und wenn der Schlaf nicht mehr richtig geregelt ist durch verminderte Produktion von Melatonin, wissen wir, dass es eine ganze Latte von Erkrankungen gibt, die häufiger werden, je schlechter wir schlafen. Dazu gehört auch die Krebserkrankung. Und letztendlich werden wir ja schon auf eine gewisse Art und Weise vergiftet durch das, was so auf uns einstrahlt. Wenn ich jetzt mit Melatonin beginnen würde, also hier in Deutschland kriegt man es ja eigentlich überhaupt nicht, also man muss es schon verschrieben bekommen, würde es mir nützen, jetzt sozusagen das von außen zuzuführen? Oder muss dann so ein Erschlackungsvorgang eingeleitet werden, dass ich das wirklich nur mit Hilfe eines Therapeuten oder Arztes machen kann? Ja, wir benutzen Melatonin als Test. Wenn Leute besser einschlafen mit Melatonin, ist das ein guter Hinweis. Aber Melatonin ist nur notwendig zum Einschlafen. Aber zum Durchschlafen brauchen wir andere Peptide im Gehirn. Aber Melatonin hat eine ganz andere Aufgabe. Es ist die wichtigste Substanz für die Entgleichung, die dauernd vermindert ist, wird das Gehirn entzündlich verändert durch den oxidativen Stress und akkumuliert Toxine, Schwermetalle, Aluminium vom Himmel und von der Amalgamfüllung des Quecksilber und kann das nicht mehr selber abbauen. Deshalb ist Melatonin also nicht nur für den Schlaf zuständig, sondern ganz, ganz wichtig für die Eigenhygiene vom Gehirn. Was können wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt erstmal vielleicht auch nicht die Mittel haben, um uns ein Baldach hin und Geräte zu kaufen und Stecker zu kaufen, die es gibt und, und, und. Was kann ich machen, um es zu verringern, was auf mich einstrahlt? Gibt es da Tipps und Tricks? Also mit dem Headset telefonieren zum Beispiel würde wahrscheinlich jedem als erstes einfallen. Macht das Sinn, Matthias? Naja, das Headset ist auch wieder ein Gerät, das man sich kaufen muss. Also wenn eine Grundmöglichkeit ist, mal zu schauen, einfach aus dem Fenster zu blicken und mal zu sehen, sehe ich eine Antenne oder nicht? Wenn man die sieht aus diesem Fenster, ist das schon mal nicht der Raum, in dem man gut schlafen kann. Also es ist tatsächlich so, dass das Wände, Häuser, Wände, je nach Dicke, haben schon eine gewisse Abschirmwirkung. Und dann macht es Sinn, den Schlafplatz in einem Raum im Haus zu wählen, das möglichst weit weg ist von dieser Sendefunkantenne. Gut, aber wenn ich im Haus bin und einmal online gehe und sehe, wie viel Wireless LAN um mich drumherum ist, dann würde ich da jetzt auch schon wieder ein bisschen unsicher werden, ob das alleine reicht, ob ich einen Sendemast sehe oder nicht. Aber zurückzukommen auf die Headsets, die sind gar nicht so gesund, wie ich mir das eigentlich eingebildet habe vor heute. Ja, die Headsets leiten das elektromagnetische Feld vom Handy direkt in den Temporallappen vom Gehirn. Es gibt aber Headsets, die haben einfach, wo der Lautsprecher hier unten ist, und die dann mit Plastikschläuchen den Ton hier oben hin leiten, das sogenannte Bluetooth-System. Und die sind klasse, die vermindern wirklich enorm die Belastung von der Handybenutzung. Aber wir sprechen im Moment ja mehr über die Dauerbestrahlung von außen her, von den Nachbarn. Wobei mir wichtig ist, dass die Zuhörer verstehen, dass die WLAN-Anlage zu Hause ist ein Handy-Sendemast. Ja, der ist nur in einer Box, sieht nicht aus wie eine Antenne, ist aber eine starke Antenne, die das ganze Haus bestrahlt von innen her. Und die WLAN-Anlagen vom Nachbarn, die bei uns eindringen, da hängt es natürlich auch davon ab, von dem Volumen. Der gesamte Elektrosmog ist kumulativ. Das heißt, alle Quellen zusammen ergeben den Schaden. Und wenn wir da reduzieren, wo wir reduzieren können, ist schon ganz viel gewonnen. Also wir empfehlen bei der Handybenutzung, den Lautsprecher zu benutzen, die Freisprechanlage. Wir bestehen darauf, dass Leute kein Schnurrlostelefon haben. Das Schnurrlostelefon sendet 24 Stunden am Tag. Und überall da, wo man das Telefon hintragen kann, ist der Empfang. Und die Dosis, die dort von den DECT-Systemen gesendet wird, ist um ein Vielfaches höher als der Ambient der Handybestrahlung. Und das Schnurrlostelefon kann man auf zwei Arten loswerden. Man kann 20 Dollar ausgeben oder Euro und sich ein angekabeltes Telefon kaufen. Die sind heute sehr, sehr billig. Oder bei Ebay vielleicht auch für 2, 3 Euro. Oder man kann einfach nachts zumindest die Sicherung ausstellen, die für das Telefon zuständig ist. Und kann dadurch enorm reduzieren. Und wenn man die zwei Dinge einhält, wir empfehlen, dass Leute nachts die Sicherung ganz ausstellen aus dem Haus. Und das mal ganz ernsthaft. Wenn eure Patienten zu euch kommen, ihr sagt, jede Nacht gehst du mit einer Taschenlampe ins Bett und du machst die Sicherung aus, dann denkt der Erste, was habe ich alles im Eisfach? Also funktioniert das überhaupt? Macht das jemand von euren Patienten? Ja, also da kann ich natürlich viel aus Erfahrung sprechen. Man will es jetzt seit 20 Jahren mindestens durchziehen. Meine Patienten sind alle chronisch krank. Und ich sage den Patienten beim ersten Besuch, es gibt zwei Patienten, die du im Badezimmer sehen wirst. Die, die besser werden und die, die immer noch krank sind. Die, die besser werden, sind die, die diese Empfehlung alle rigoros einhalten. Und der andere Teil im Badezimmer, wo die Kranken sind, die schon seit Jahren trotzdem zu uns kommen, aber nicht besser werden, sind die, die das nicht machen. Und sie können selber wählen, in welche Gruppe sie gehören. Der eine Teil wird sehr teuer und langwierig, der andere Teil wird sehr viel schneller und ich kann nicht so viel Geld an ihnen verdienen. Und meine Patienten verstehen das. In den USA haben wir ein anderes Gesundheitssystem bis jetzt gehabt, wo Leute selber zahlen müssen. Jetzt mit Obama wird alles anders und da wird die Verantwortung dem Patienten ein bisschen weggenommen und dadurch ändert sich das jetzt. Aber meine Patienten verstehen das. In Deutschland ist es ja noch nicht üblich, dass, wenn ich mit Beschwerden zu einem Arzt oder Heilpraktiker gehe, dass der zu mir sagt, okay, wir machen einen Termin in deiner Wohnung und dann gucken wir mal, wie das dort aussieht. Du machst Hausbesuche, das weiß ich, machst du die auch, Matthias? Ich schaffe das oft von der Zeit nicht, weil es einfach zu viele Patienten betrifft. Was ich mache, ist, dass ich den Patienten ein Gerät ausleihe, mit dem sie es selber messen können. Das ist oft von der Pädagogik viel, viel klüger, weil sie dann nämlich selber erstaunt sind. Und oft ist es so, dass wenn die Mütter kommen mit ihren Kindern, die betroffen sind, dass dann daheim der Mann ist. Die Mutter hat es verstanden in der Praxis, hat das durch Aufklärung begriffen, der Mann aber nicht. Und sagt dann oft, das ist Quatsch, das kann nicht sein, das ist leider noch so. Und tatsächlich ist es dann so, wenn die Messgeräte dabei sind, sieht der Mann, hat ein Gerät in der Hand, das klackert und tickt und zeigt eine Zahl, der sieht tatsächlich, was passiert. Und ich kriege immer wieder die erstaunten Augen und Aussagen und ja, jetzt machen wir es auch, wir machen das jetzt aus und wir verändern es jetzt, funktioniert phänomenal gut. Also habe ich gute Erfahrungen. Wir haben auch das Männerproblem in den USA. Okay, also worldwide gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben für die Männer. Viele haben ja schon die Idee, wenn sie viel am Rechner sitzen und sagen, ich tue mir was Gutes und dann stelle ich einen schönen Stein, einen schönen Kristall daneben oder ich arbeite ganz viel mit Zimmerpflanzen. Nutzen die was oder ist das gut gemeint, aber Quatsch? Ich möchte jetzt nicht so rigoros sagen, dass es nichts nützt. Es gibt sicher Arten, wie man den biologischen Effekt reduzieren kann. Wir wissen auch, dass man auf die Handysenderstrahlung, vom Handysendermasten her, Frequenzen auch modulieren kann, die den biologischen Effekt wesentlich weniger schädlich machen. Aber diese Technologien werden nicht verwendet. Und von daher ist meine Lehrmeinung sehr, sehr stark, dass Physik mit Physik begegnet werden soll. Und nicht mit Esoterik. Das ist eine andere Ebene. Die Ebene von Physik kann mit Physik blockiert werden oder kann mit Physik moduliert werden. Und wenn wir auch eine andere geistige Ebene geben, können wir zwar dem Patienten auch etwas verändern, aber den Effekt, den Summationseffekt der Strahlung nicht. Und wir sehen bei den Leuten die gleiche Zahl der Krebserkrankungen oder Schlaganfälle wie bei den Leuten, die kein Kristall verwenden. Aber sobald die Abschauermaßnahmen durchgezogen werden, die Matthias erwähnt hat und die wir unseren Patienten beibringen. Dazu zählt auch Wäsche. Auf die wollte ich unbedingt noch kommen. Könnt ihr die Wäsche kurz nochmal vorstellen, woraus die Wäsche ist, so dass ich wirklich geschützt bin, egal wo ich bin. Das Interessante bei der Schutzwäsche ist das eingearbeitete Silber. Das sind Metallfäden eingearbeitet, die ein Netz bilden. Und um sich vor Elektrosmog zu schützen, spielt das Netz eine große Rolle. Also es reicht nicht, wenn man eine Folie nimmt. Das hilft bei niederfrequenten Strahlungen eher, aber bei den hochfrequenten Strahlungen hilft das Netz viel besser. Und das ist im Grunde genommen Baumwolle mit einem eingewebten Netz. Das gibt es dann in unterschiedlichsten Ausführungen für Herren, für Damen. Das gibt es als Oberbekleidung, als Hemd oder als Hose, als Hut. Aber als Unterbekleidung auch, als Unterwäsche, als Unterhemd. Und es gibt tatsächlich sogar was für Kinder, für Babys. Und das ist klasse, das funktioniert gut. Und ich prüfe sowas dann immer wieder, wenn Patienten mir das bringen, mit den Messgeräten. Wir prüfen das schwarz auf weiß nach. Bringt das was? Ja, nein. Und wenn es was bringt, ist es klasse. Es bringt was, weil Dietrich, bei der ersten Sendung mit dir hattest du so eine Unterwäsche an und unsere ganzen drahtlosen Mikrofone gingen nicht und keiner wusste hier, woran kann es liegen. Also das war der ultimative Beweis, es funktioniert 1A. Deswegen seid ihr jetzt auch richtig verkabelt hier und nicht mit Wireless LAN. In Hollywood trägt man ganz viel von dieser Kleidung, auch Totschicken auf dem roten Teppich. Also da ist es schon angekommen. Ja, ich muss sagen, also in Beverly Hills, da haben wir natürlich viel Kontakt und so. Die sind immer vorne dran. Die wissen, da geht das Wort sehr schnell rum, was wirkt, was nicht wirkt. Und in den letzten zwei Jahren ist die Mode in Hollywood, dass nur noch Stoffe verwendet werden, die entweder Gold oder Silberfäden verarbeitet haben auf diese Weise. Weil die Schauspieler natürlich auch, die keine Physik verstehen, einfach merken, es geht ihnen sehr, sehr viel besser, vor allen Dingen im Studio, oder wo so viel elektrische Strahlung ist. Und das Wort ist also raus und die Mode hat einfach mitgezogen, ohne jetzt zu erklären und sich zu verwickeln in die Wissenschaft. Also wenn diese Abschirmaßnahmen schon in Hollywood angekommen sind, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir sehr viel Gehör finden können. Ich danke vielmals für das Gespräch. Dittrich Klinghardt, Matthias Zebola, vielen Dank. Dittrich Klinghardt, Matthias Zebola, vielen Dank.